Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Unsere Welt ist unterteilt in Licht und Dunkelheit Du bist der siebte Sohn eines siebten Sohns Was tun wir denn genau? Seit Anbeginn der Zeit haben wir die Menschen beschützt Leere es mich Glaubst du die Menschheit ist gut? Das Böse steckt in jedem Einzelnen von ihnen Sie benutzen dich Und dann werfen sie dich ins Feuer Wieso hast du sie gewählt? Wenn du eine Hexe erkennst Töte sie Wir sind nicht alle böse, weißt du? Dies ist deine allerwichtigste Prüfung Nutze, was ich dich gelehrt habe Zeig mir, was du bist! Das ist ekelhaft Was tötet das? Feigheit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020